Musik Herzlich Willkommen im Ginkgo Mare, sagen Silke und Dirk Brückmann. Heute laden wir Sie ein, einen Blick in unser Bio-Hotel und Gesundheitszentrum zu werfen. Als Mitglied der Bio-Hotels ist es für uns selbstverständlich, dass alle Lebensmittel, Reinigungsmittel und auch die Kosmetika rein biologisch sind. Und auch unser Haus ist nach ökologisch nachhaltigen Gesichtspunkten erbaut und eingerichtet. Hier finden Sie einen Ort der Erholung und Selbstbesinnung. Das Bio-Hotel empfängt Sie mit frischer Leichtigkeit. Wir verwöhnen Sie jeden Morgen mit einer erlesenen Frühstückstafel und umgeben Sie mit lebendiger Stille. Im Gesundheitszentrum erwartet Sie ein Team aus erfahrenen Therapeuten, Dozenten und Kursleitern. Das Behandlungsspektrum reicht von klassischen Naturheilverfahren, systemischer Psychotherapie, Heilfasten, vielen verschiedenen Massagen, über Tai Chi, Qigong und Yoga sowie speziellen Kursen. Viel Spaß beim Rundgang durchs Haus. Wir freuen uns, Sie bald als Gäste begrüßen zu können. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020